Also das beste Schnitzel habe ich gegessen beim gemütlichen Weinhause. Es war der Salat besonders gut, muss ich sagen. Die Schnitzel sind jeweils gut. Wo gibt es eigentlich die besten Wiener Schnitzel? Die Schweizer behaupten in Luzern. Doch was sagen die Wiener dazu? Wir sind heute auf der Maria-Hilfer-Straße unterwegs und fragen sie. Wo gibt es deiner Meinung nach die besten Wiener Schnitzel in Wien? Schnitzel wird fünf, zwei später. Lachs heißt sehr viele Zehner. Die Panade ist so gut. Und mein Hund Bounty mag das auch so viel. Ich würde sagen im Ammerling Beißeln. Ich weiß es gar nicht, aber es schmeckt halt lecker und ich esse nicht so oft Fleisch. Ich hatte bisher erst eins, aber das war im Rebhuhn und das war sehr gut. Die Panade war knusprig und das Fleisch war lecker. Gute Frage. Ich kann es euch nicht wirklich sagen, weil ich Vegetarier und halb Veganer bin. Aber es gibt eine gute Marke. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nennen darf, aber es gibt im Supermarkt eine Gordon Bleu Variante. Die ist echt gut. Beim Schnitzelwirt? Nein, ich finde die Panier ist gut. Die besten Schnitzel. Ich habe erst einmal Schnitzel in Wien gegessen. Das war beim Gasthaus beim Volkerplatz und das war gut. Aber gerade in Wien, ich weiß nicht wieso, hat es mich noch nicht so oft zum Wiener Schnitzel gezogen. Obwohl ich großer Wiener Schnitzel Fan und Enthusiast bin. Also das beste Schnitzel habe ich gegessen beim gemütlichen Weinhauser. Es war der Salat besonders gut, muss ich sagen. Die Schnitzel sind eh meistens gut. Das waren jetzt ein paar Eindrücke von der Bevölkerung. Jetzt geht es hier um dich. Wo denkst du gibt es das beste Wiener Schnitzel? Schreib es doch mal in die Kommentare. Dann wir Mari kamen kurz an zucourse auf den Wiener Schnitzel und nour Sisters Frig! Das ist ja genau das P These habe ich sehr gute сп Marysstra Community aus dem Wiener Schnitzel.